Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Verge. Ja, wir haben in der letzten Folge ja mal ein bisschen überlebt. Und ja, ich habe jetzt noch mal ein paar Ideen, wo man noch mal gucken kann. Wir werden auf jeden Fall erstmal wieder unsere Moodle-Kettensäge-Dingsbums benutzen. Weil wir sind ja hier am Anfang. Wir müssen hier ein bisschen was uns da erkunden. Und, ach nee, hier war mal, hier war mal falsch. Nee, stimmt, hier war der Bahnhof. Was ist denn das hier? Ui. Da geht es runter. Da ist auch was. Und was ist hier? Restrict only. Diese Schrockler-Kolonisten hier, Alter. So, was haben wir hier? Oh, Wolfram. Was ist denn das? Äh, ein Zweier. Jetzt haben wir 24. Jetzt will ich aber noch mal gucken. Kann man hier oben irgendwie... Warte mal. Nein, da kann man... Wo fährt denn der... Wo führt der denn hin? Ähm... Wo sind wir jetzt? Ah, jetzt weiß ich, wo wir sind. Alter, man kann da durch... Äh, äh, rennen. Das wusste ich nicht. Man kann da durchrennen. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Da hinten ist nämlich der Bahnhof. So. Und hier ist, äh... Kann man jetzt nämlich links um die Ecke. Und da geht's weiter. Ich will noch mal kurz hier oben gucken, was es hier oben noch mal war. Ah, hier oben war noch mal... Nichts. Okay. Ja, jetzt macht das Ganze auch Sinn. Oh Gott, ey. Dammit. Muss nur gucken. Recycling. Recycling. So, hier kommen jetzt, glaube ich... Also, ich kenne das ganze Gebiet schon, weil ich war hier schon ein paar Mal. Ich habe ja, wie gesagt, zwei Stunden noch schon gespielt. Und da bin ich ja nur gestorben. Und ich weiß jetzt von wo, von wo nach wo. Und so weiter ich hin muss. Aber hier waren wir ja auch schon. So, da hinten war da noch irgendwas Interessantes. Nee, da können wir die ganze Kacke umlaufen, wenn wir gegen den kämpfen, glaube ich. So. Ja, aber jetzt sind wir hier, so. Da unten ist das. Da sind die alle am schießen. Dann stellt sich mir die Frage, wo muss ich hin? Muss ich hier runter? Oder muss ich hier oben weiter? Ja, nee, warte mal. Von da wären wir gekommen. Okay, dann machen wir anders. Dann machen wir in den Daumen. Da unten ist es jetzt. Okay. Und dann haben wir alles in derjenige. Und dann war das jetzt richtig hier? Guck mal, schon wieder Buggy. Was ist denn mit meinem Leben da hinten los? Ach, das ist die überschüssige Energie, glaube ich, oder? Kann das sein? Weil hier war ich auch schon. Das ist die Brückensteuerung. Das habe ich schon angemacht. Da hinten war auch noch was. Hier kann man auch nicht viel machen. Terminal, um die Brückenstatus zu ändern. Ne, das brauchen wir nicht. Das haben wir schon gemacht. So, was ist das hier? Mit Terminal kann der Arbeitsbereich des Fünfzeichnens verändert werden. Achtung! Neuzuweisung der Aufträge für die Schmelzroboter bestätigt. Also ich bin gerade so ein bisschen verwirrt. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir da durchbrechen können. Ja, aber der bringt ja im Endeffekt wieder nichts, weil... ...nergüht. ... wer weiß. ... mit einem Rennen. ... mit einer Rennen. ... mit einem Rennen kann die Schmelzer ausmachen sein. ... mit einem Rennen... Unterkunft. Oh, ich sehe nichts. Oh, ich sehe nichts. Oh, ich sehe nichts. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Oh, das sieht schon mal gut aus. So. So. Können wir hier irgendwas machen? Nein. Wir können hier rüber gehen. Okay, das ist richtig. Der hat gerade gespeichert. Okay. Okay. Jetzt weiß ich, wo wir kommen. Da sind wir nämlich gerade hochgelaufen. Da sind wir nämlich... Ah, alles klar. Gut. Das ist jetzt hier quasi die Abkürzung zum Recycling. Was ist hier? Ah, okay. Hier ist diese... Ja toll. Das bringt mir auch sehr viel. Ich weiß nämlich nicht, was ich hier machen soll. Na gut. Das ist alles jetzt offen. Und wie kommen wir jetzt weiter? Wo müssen wir überhaupt hin? Dann kann das ja im Endeffekt eigentlich nur da hinten irgendwo die Ecke sein. Warte mal, der links war hier in der Luft. Die Luft. So, und da haben wir den nächsten. Oh, guck mal, hier geht auch eine Tür auf. Hier geht auch noch die Tür auf. Oh, guck mal, guck mal, guck mal. Komm, hau ab, Alter. Na gut, das bringt uns ja auch nichts, das muss hier hinten irgendwo weiter gehen. Weil wir müssen hier irgendwie ... Warte mal. Da hinten die Tür. Wir gucken mal da bei der Tür. Ja. Also das ist ein bisschen doof, dass man hier nicht weiß, wo man hin soll, so richtig. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal ein paar Gänge aufgemacht, wo wir dann erleichtert wieder hinkommen. Und da ist diese Müllpresse, gegen das Ding muss ich glaube ich gar nicht kämpfen. So, was ist hier? Ah, das ist der Fahrstuhl, genau. Und wenn ich jetzt hier ... Wenn ich jetzt hier hinlaufe, dann werde ich beschossen. Dann laufen wir mal schnell weg hier. Ja. Guck mal, hier liegt auch was. So, wo sind wir jetzt? Ja, hier waren wir ja schon. Genau. Hä? Ich raff das nicht. Hm. Ich raff das nicht. Ja, hier war ich auch schon. Hier war ich nämlich auch schon. Da hinten ist eine Tür, da kommen wir aber nicht rein. Na im Moment, los! Wer ist das? invisalte О Hi. Los! Giftmüllentsorgung. So, dann ist das jetzt hier eigentlich richtig, oder wie? So, dann ist das hier. Das war's. Das war's. Okay, wir wissen jetzt aber auf jeden Fall, wo wir langen müssen. Boah, ist das scheiße, ey. Wir helfen gern. Also, das war jetzt, glaube ich, das war hier lang. Ich wollte sagen, hey, war der noch nicht da. So, das war jetzt hier rum. So, dann können wir hier oben lang laufen. Hm? So, dann können wir hier oben gehen. So, dann können wir hier oben gehen. So, hier können wir uns jetzt von der Medi-Bay was holen und jetzt war hier die Möglichkeit da hinten runter zu fahren, genau. Ja! So, hier runter. Oh, da zerhackt mich hier gerade der Penner. Fuck. King Powerangriff. Jo, wir haben irgendwas gekriegt, eine neue Waffe. Wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Wo ist sie denn? Da. 39. Oh, 10 Sekunden noch. Nein, nein, nein. Jetzt hat er uns erwischt. So, jetzt sind wir hier. So, die Alok ist hier. Ich denke, ich verlor das Bewusstsein vor Schmerz. Ich weiß nicht, wie lange ich dort gelegen bin. Kalt auf den Fliesen. Halbtot. Nur um in einem Albtraum aufzuwachen. Ich konnte mich nicht erinnern, wo ich war. Wer ich war. Aber als ich diese Menschen gesehen habe, was ist mit ihnen passiert? Irgendwie habe ich es in die Servicestation geschafft. Die Bilder sind undeutlich verschwommen. Ich erinnere mich an den Schmerz. In meinem ganzen Leben hatte ich noch nie solche Angst. Ich habe nicht mal bemerkt, dass mein linkes Auge völlig blind war, bis mich die Medi-Bay zusammengeflickt hat. Ich schätze, es geht mir jetzt besser. Sogar meine Sicht kommt langsam zurück. Zugangsberechtigung konnte nicht bestätigt werden. Tja. D, kommst du noch? Ich habe gestern 30 Minuten auf dich gewartet. So lange kann ich nicht draußen sein. Ich brauche diese Dinge. Aber wenn du sie nicht beschaffen kannst, ich habe andere Quellen. Also mach dir keine Sorgen. Lass mich nur wissen, ob alles okay ist. Hm. Hier geht es auch nicht. Alter, wo bin ich hier? Wo bin ich hier, wo bin ich hier? Wo bin ich meine Musik? Wo bin ich hier? Und damit werde ich hier? Ach, das ist ein ZDF-きます. Ich habe mir hier. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Ah, guck mal. Wo führt dieser Fahrstuhl hin? Mal gucken. Ah, okay. Der führt hier hin. Alles klar. Gut, noch ein schnellerer Weg. Gut, dann sind wir dann hier. Das ist nämlich der Fahrstuhl. Dann sind wir nämlich in der Giftmüllaufbereitung. Okay. Dahinter sitzt ein. Da muss ich aufpassen. Zugang. Und die Kontaminationsbereiche. Okay. 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 Na ja, wir wissen aber, wo wir schnell dahin kommen. Dann würde ich sagen, ein weiteres Mal. Weil wir beenden diese Folge. Und ich weiß wieder nicht, wo ich hin muss. Aber ist okay. In diesem Sinne. Danke fürs Zuschauen. Danke, dass du dabei warst. Und bis zur nächsten Folge in The Fucking Search. Bitch, es nervt langsam. Du weißt nicht, wo du lang musst. Es nervt.